hey was geht hier ist komancho und willkommen zu einer neuen folge von allen wick in der letzten folge sind wir hier vor dem tor stehen geblieben und ich würde sagen wir gehen mal durch ich glaube nicht dass uns was gutes war da habe ich aus versehen die falsche taste gedrückt perfekt die folge geht schon gut los ich würde mal was gucken ah ja ok gut zu wissen so dann würde ich sagen wir gehen weiter mit der schroti ja moin nein ja der wollte bisschen kuscheln mit mir so nachladen steht da in light you can you can hurt them awa sagt bloß danke für den tipp ok wir können wieder fernsehen schauen wollen wir munition nehmen ich alles mit so schauen wir mal wir halten die fakten unseres daseins für sicher dabei sind sie nur eine dünne fassade der selbsttäuschung tarnung für einen kosmos aus wahnsinn und horror zu oft haben die sterne recht in nine springs heute abend familien treffen journalist alvin der litz reise zur erforschung der sitten einer inselgemeinschaft in nine springs war weniger als erfolgreich bis heute schön dass sie ihre meinung geändert haben alte bräuche örtliche mythologie mein redakteur liebt sowas nun mister dir wir sind keine ausstellungsstücke aber sie haben uns ihre ernsthaftigkeit bewiesen oh es ist mehr ernst machen sie alles wie sonst ich halte mich raus und sie zu eigentlich dachte ich dass sie uns helfen uns fehlt jemand und sie hätten ein direkteres erlebnis wirklich natürlich mister dirle tja das ist wohl das mindeste was soll ich tun oh hier ein kuss kann es zeigen ich ich ach was was ob waaah oh mister dirle der bewohner des fleisches nixie peter er ist zufriedengestellt ihr körper wird seine tausend jungen ehrenvoll geherbergen waaah waaah sch 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 erwin derleth musste etwas lernen wer mythologie sucht kann auch von ihr gefunden werden Und diese suchen Kargenfrüchte Nightsprings Okay die folgen werden auch immer gruseliger Und hier raus Ich glaube das sind immer die Entwickler Die da mitspielen In Nightsprings Habe ich jetzt Falschhanden kassiert Oder wieder in den Bärenfall Oh oh Die wird jetzt hier einfach aufgeschleppt Oh oh Warte wieso man das machen ey Okay ich habe einen Plan Ich habe einen Plan Ich habe einen Plan Oh 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 das geht doch gar nicht so auf ein neues ja genau so 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 Oh 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 Das ist hier gar nicht. Oh, endlich. Oh, das war mal eine Geburt. Hallo Radu? Da haben wir noch was. Oh, der Bagger, der war ja richtig heftig. Der hat gut Batterie gefressen. Ein Gegenstandslimit erreicht. Okay, gut, sonst haben wir hier gar nichts. Die Gegenstände haben wir alle geholt. Unsere Schrot hier hat gar keine Muni mehr. Ist natürlich nicht gut. Mein Vollgehilter sind wir. Ah jo, wir können hier den Wagen benutzen. Ich schau mich hier nochmal um. Kacke. Noch nie hatte mich der Sonnenaufgang so gefreut. Mir blieben einige Stunden, um zur Mine zu kommen. Das Bergwerk war nicht mehr weit. Heute würde ich den Entführer treffen. Er würde mir Alice übergeben. Er musste es. Ein Ertrinkender greift nach dem Strohhalm. Wir würden zurücklaufen. Boah, was bringt das? Ja, wir müssen geradeaus, aber... Mal kurz zurück. Wollen wir da eine Thermosflasche oder so? Oder wir fehlen einfach gar nichts. Selbst tagsüber wurde ich verfolgt. Die Brücke war zusammengebrochen, kurz nachdem ich sie passiert hatte. Okay, krass. Gut zu wissen. Es gibt ja nur einen Weg. Wir müssen zum Bergwerk gelangen. Wir können uns mal das Schild anschauen. Ja, perfekt. Können wir gar nicht. Ja Moin, wir können hier fahren. Oh oh. Ja. Schritt für Schritt. Alles fühlte sich real an. Klang aber auch nach einer Geistesstörung. Und hier haben wir was. Warte, ich schau mich mal hier kurz um. Nur Berge. Es geht sehr tief runter. Oder... Ich meine da haben wir ein Fahrzeug. Vielleicht ist da jemand. Oder... Wir können das fahren. Ja Moin. Warte, ich guck mich mal hier um. Ich hab irgendwie zu wenig Manuskripte eingesammelt. In diesem Kapitel. Was gibt es hier. Hier. Die Brücke ist da wieder kaputt. Und dann würde ich sagen, ich nehme das andere Fahrzeug. Wir kommen ja eh nicht durch. Aber wir fahren ein bisschen rum. Schon. Schon. Ja, sehr schön. Immer mit der G-Klasse rumheizen. Nein, wir können. Können wir eigentlich. Oh mein Gott. Wir fahren einfach runter. Da ist... Da vorne ist eine Manuskriptseite. Ah ne. Einfach... Oh mein Gott. Da habe ich eine Brille. Die Brüder sind hier schon groß. Aber man weiß nie ob man was Ding übersieht oder so. Hier die Brücke scheint irgendwie kaputt zu sein. Ein bisschen leider zu Fuß weiter. Hier. Hier. Ein riesiger Stein. Hier. Wir können halt nur so rum gucken. Aber... Ich würde sagen, wir gehen mal... da die Treppen hoch. Schauen wir mal... wo es weiter geht. Wo es weiter geht. Ja moin. Da ist ein Fahrzeug. Perfekt. Das benutzen. Das können wir benutzen. Ja moin. Ich schau mich hier mal um. wieder ein Radio. Hier spricht Batman und ihr hört KBRF FM. Freunde, ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich euch gestern diesem Song in Dauerschleife überlassen habe. Aber ich wurde... aufgehalten. Wisst ihr, ich bin jemand vom FBI über den Weg gelaufen, dessen Finger förmlich am Abzug festklebte. Dem müsste man mal gute Manieren beibringen und in den Hintern treten. Und nicht unbedingt in der Reihenfolge. Ich weiß, das sind nur magere Infos und dafür entschuldige ich mich. Ich sollte vielleicht wirklich die Klappe halten, aber ich bin gerade so angesäuert. Denn ehrlich, manche Menschen sollten einfach keine Dienstmarke tragen. Ich bin auch froh, dass Sheriff Breaker da war, um die Dinge glatt zu bügeln. Und falls jemand zuhört, den ich gestern Abend getroffen habe, dann tut es mir leid, wenn sie mein Mundwerk in Schwierigkeiten gebracht hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, Sie sind hier nicht der Böse. Alles Gute, Junge. Und ich hoffe, Sie wissen, was Sie da tun. Und nun zu etwas Erfreulicherem. Unser Gast den ganzen Morgen lang ist Dr. Nelson. Aber zuerst etwas Musik. Okay, der hat bestimmt uns gemeint. Ich sehe schon den Strike kommen, Alter. Schnell weg hier. Uiuiuiui, die Steuerung. So. Ah, ist schon chillig. Und nun ist eine Hütte. Vielleicht finden wir da was. Warte, wir können einfach die Fahrzeuge ändern. Äh, tauschen. Wenn ich ganz chillig. So, was haben wir hier? Der Aussichtsturm. Vorne ist das Bergwerk. Was haben wir hier im Radio? Willkommen zurück auf KBF-FM. Hoffentlich hat euch das Lied gefallen. Doktor, Sie sprachen über das Leben und darüber, wie man jemand Besonderen findet, einen Seelenverwandten. Na ja, Sie haben darüber gesprochen. Ich sagte, dass ich nicht daran glaube. Wissen Sie, das erstaunt mich, denn ich hielt Sie immer für einen hoffnungslosen Romantiker. Haha, Sie haben mich erwischt, Beth. Aber ich glaube, Liebe findet sich dort, wo man nach ihr sucht. Und es bedarf einer Menge Sucherei, so viel ist sicher. Aber die Vorstellung, dass dort draußen diese eine besondere Person auf einen wartet. Und wenn man die Chance verpasst, ist sie für immer weg. Und man bleibt auf ewig unvollständig. Ich meine, ist das nicht deprimierend? Oder vielleicht sogar kindisch? Es schwimmen eine Menge Fische im Meer. Und scheinbar hat der Fischer für jede Situation ein Gleichnis parat. Aber ist das, was Sie sagen, nicht etwas drastisch? Nein, ich sage, dass die Hoffnung, eine solche Verbindung zu jemandem aufzubauen, nicht auf einen Zufallstreffer beschränkt ist. Inwiefern ist das drastisch? Na ja, das ist ein tröstlicher Gedanke. Ich möchte gerne etwas Persönliches dazu sagen. Okay. Also, es ist nicht so, dass ich es zwangsläufig anders sehe als Sie. Aber ich kann das nicht in Einklang bringen mit dem, was ich fühle. Oder was ich für jemand anderen gefühlt habe. Denn Sie war die eine, wirklich. Und Sie, ich habe zugelassen, dass Sie sich von mir entfernt. Vielleicht habe ich nicht hart genug daran gearbeitet, wer weiß. Aber seit damals, und es ist lange her, aber seit damals hat es niemanden mehr gegeben. Niemanden wie Sie. Und ich sage damit nicht, dass ich ihr nachhänge oder mich nicht davon gelöst habe. Ich mag mein Leben. Ich lebe nicht in der Vergangenheit. Aber ich vermisse, wie Sie mich vervollständigt haben. Mit dem Herzen kann man nicht diskutieren. Tut mir leid, Freunde. Ich habe gestern Abend etwas Beängstigendes erlebt. Und sagen wir mal so, das hat einiges in mir losgetreten. Okay. Hm, okay. Ja, die letzte Wannacht, die war schon heftig, sagen wir es mal so. Aber anscheinend ist der Radiomoderator lebte alleine und hat seine Frau verloren. Beziehungsweise hat er ihn verlassen. So, wir fahren mal wieder. Ne, oh mein Gott, ich habe falsche Knöpfe. So, einsteigen. Okay. Okay, so, weiter geht's. Oh mein Gott. Mach er wieder am Werk. Hier haben wir eine Hütte. Die erkunden wir mal. Schon mal ganz chillig, dass man so die Hintergrundstory von den Charakteren kennenlernt. So wie zum Beispiel beim Radiomoderator. Ich war zu früh. Ich sollte den Entführer um 12 Uhr im Hauptgebäude treffen. Das Bergwerk lag still da. Es war jetzt ein Museum. Sollen wir jetzt warten, oder? Ich geh mal hoch und dann schauen wir mal. So geht's denn hier lang. Jo, hier haben wir eine Manuskriptseite. Hier ist also das Bergwerk. Ja krass. Sag ich geh mal runter. Hier nicht, äh, Schaden kassieren. Bitte. Danke. Bus. Sag ich geh mal so runter. Ja doch mit dem Auto. Ja komm mit dem Auto. So. Jo, wir haben keine Tür mehr. Okay, schade. Perfekt. Ah, die Fahrkünste von mir. Voila. Das sieht jetzt nicht so gut. So, ein bisschen langsamer fahren. So, angekommen. White Falls Coal Mine. Victory Parking. Okay, wir können hier parken. Aber ich lass mal hier. Der Motor ist schon kaputt. Perfekt. So. Ist alles irgendwie leer und düster. Obwohl das Gebiet schon früher besiedelt war, ist die eigentliche Entstehung der Stadt Bright Falls. Der Gründung der Bright Falls Mining Company und der Eröffnung des Bright Falls Bergwerks im Jahr 1878 zu verdanken. Obwohl die Arbeit hart und gefährlich war, arbeiten viele Einwanderer. Unter dem anderen Deutschen, Polen, Italiener, Finden, Schweden, Bergwerk. Okay. Interessant. So, da waren viele Arbeiter hier. Dann nehmen wir eine Skriptseite. Okay. Hier sieht man. Ist aber echt wie eine Art Museum. Was habe ich hier? Obwohl der Bergbau zunächst große Gewinne abwarf, nahm er im 20. Jahrhundert beständig ab. Es gab zwar reiche Vorkommen, an die jedoch schwer heranzukommen war. Die vulkanische Aktivität in der Gegend machte die Minen vielleicht besonders gefährlich. Okay. Die hatten halt viele Probleme mit Vulkanausbrüchen. Interessant. Was haben wir hier? Ein Vulkanausbruch unter dem Cauldron Lake im Jahr 1970 flutete trotz verhältnismäßig geringer Stärke die meisten der tiefen gelangten Tunnel oder ließ sie einstürzen. 32 Bergleuten verloren bei dem Vorfall ihr Leben und alle Bergbauaktivitäten rund um Brightfalls wurden endgültig eingestellt. Heute stehen viele erhaltene Gebäude als historische Wahrzeichen unter Denkmalschutz. Interessant. Okay. Beim Vulkan. Was war da? Da konnte ich nur das eine Schild lesen. Hier sieht schon sehr groß aus. Das Bergwerk. Ich wollte nicht nach draußen. Die Cops mussten nach mir suchen. Durch die Mittagssonne war es heiß hier. Der Tag zog sich dahin. Ich ging im Kopf verschiedene Szenarien durch, wie ich den Entführer foltern würde, um an Alice zu kommen. Oder ich überlegte, was er ihr angetan haben könnte. Ich stellte sie mir tot vor. Ich konnte nicht wissen, ob sie noch im Leben war. Es machte mich wahnsinnig. Pure Verzweiflung tritt mich an. Es war alles Zeitverschwendung. Der Mistkerl würde nicht auftauchen. Weg. Wo stecken Sie denn? Planerung. Sie wissen, wo der Mirror Peak ist? Das ist der große Berg nördlich von Ihnen. Folgen Sie dem Pfad von der Mine aus, dann können Sie ihn nicht verfehlen. Dort ist ein Aussichtspunkt. Ich warte dort. Ich habe satt herumgeschickt zu werden. Sie wollen Ihre Frau doch Leben wiedersehen. Wenn ja, achten Sie besser darauf, wie Sie mit mir sprechen. Haben wir uns verstanden? Ich will mit Alice sprechen. Ja, und ich will das Manuskript. Lassen Sie mich nicht warten, Wake. Hallo? Hallo? Ah! Ich bring ihn um. Ich musste zum Mirror Peak. Jo, wir müssen zum Mirror Peak. Ich war nah dran. Vielleicht näher als je zuvor. Ich wollte die Folge beenden. Chillt mal. Also ich würde sagen, ich beende mal die Folge. Jo. Und wir sehen uns zur nächsten Folge. Und ja, ich würde sagen, haut rein, ciao. Euer Crunchy. Hallo? Euer China. Ich warpte mich im förstatiens eines Tayarch-, Sch Simons freier, puedo nochよろesehen?